Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Er tanzt der Schamanen am 30. Oktober 2018. Wir haben vier Grundelemente. Dazu gehört die Feuerelement, die Erdelement, die Luftelement und Wasserelement. Alle vier sind lebensnotwendig und alle vier sind gleichwertig. Und wir brauchen hier die Gleichgewicht. In erster Linie sollen wir unseren eigenen Energie bleiben, auf dem inneren Gleichgewicht achten, auf unserem Denken und Fühlen, auf unserer Ausstrahlung, auf unserem eigenen Energiefeld. Und da haben wir selbst die Verantwortung, jede Einzelne. Aber es gibt Einflüsse von außen, auch von anderen Menschen, aber auch Einflüsse von den Sternen, diese kosmischen Einflüsse, haben auch einen Einfluss auf unseren Alltag. Und es bleibt nicht beständig, sondern das ist ein Tanz, eine ständige Bewegung, weil das ändert sich Tag zu Tag. Es ist ein Übergang. Und hier ist wichtig, auch auf die Elemente achten, weil die Feuerelement und die Luftelement sind immer aktiv. Und das Erdeelement und das Wasserelement sind passiv. Das zieht die Energie zurück nach innen. Das ist wie einatmen und ausatmen. Das ist auch ein Rhythmus. Und dann die Elemente, die einzelnen Elemente, die Feuerelement ist die Begeisterung, die Herzenswärme, Feuer und Flamme zu sein von etwas, diese Leidenschaft. Die Erdelement ist die Realität, einen sicheren Boden unter unseren Füßen. Die Luftelement ist die Leichtigkeit, vermittelt auch Worten und hat einen Bezug zur Kommunikation. Und dann kommen die Gefühle. Und das ist das Wasserelement. Und es ist wichtig, das im Gleichgewicht zu halten. Und es ist klug zu wissen, wie ändert sich das Tag zu Tag. Wie ist dieser Tanz, diese Bewegung? Dann können wir uns auf diesen Rhythmus anpassen. Im heutigen Tag nach indischen Astrologie, das muss ich auch betonen, ich arbeite mit indischen Astrologie. Und die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnisse, nicht wundern, wenn ich etwas erzähle über die Bewegung Sonne, Mond und Planeten und das anderes ist, als in westlichen Astrologie. Nach dieser indischen Berechnung befindet sich Sonne in der Tilgrei-Zeichnen-Wage. Und die Tilgrei-Zeichnen-Wage gehört zum Luftelement, also ich setze die Sonne hier zum Luftelement. Mond ist bei Sonnenaufgang noch in der Tilgrei-Zeichnen-Zwillinge, aber übergeht heute in der Tilgrei-Zeichnen-Krebs. Das heißt, bei Sonnenaufgang ist noch hier im Luftelement, ich würde vielleicht hier in die Mitte stellen, das ist vielleicht ein besserer Platz, weil das ist die Übergang. Mond übergeht von Luftelement zum Wasserelement. Das ist diese Bewegung, das ist elastisch, das ist elegant. Also, dieser Tanz, was ich hier in dieser Legung als der Tanz der Schamanen bezeichne, das ist nicht eckig. Es ist eine fließende Energie. Mars befindet sich in der Tilgrei-Zeichnen-Steinbock und das gehört zum Erde-Element. Merkur befindet sich in der Tilgrei-Zeichnen-Skorpion, gehört zum Wasserelement. Jupiter ist auch in der Tilgrei-Zeichnen-Skorpion, befindet sich auch im Wasserelement. Venus befindet sich in der Tilgrei-Zeichnen-Vage und es gehört zum Luftelement. und Saturn ist immer in die Mitte, weil Saturn erdet. Und Uranus, Neptun, Pluto sind die äußeren Planeten, das lassen wir weg, die haben eine andere Funktion. Hier ist leicht zum Erkennen, wie ist die Verteilung. Vormittag ist die Luftelement betont. Damit beginnt der Tag. Leichtigkeit, Kommunikation, Bewegung, aktiv, vielleicht sogar alles zu viel auf einmal. Dann übergeht Mond von Tilgrei-Zeichnen-Zwillinge auf Tilgrei-Zeichnen-Krebs, wechselt die Element und das bedeutet, Nachmittag ist die Wasserelemente betont und das symbolisiert unseren Gefühlen. Etwas kommt im Tag auf uns zu, was unseren Gefühlen berührt. Wasser ist passiv, das bedeutet auch ein gewisser Rückzug. Es ist nicht mehr so hektisch, es ist nicht so alles zu viel auf einmal, sondern wir achten oder sollen wir auf unseren Gefühlen achten, ein bisschen zum Ruhe kommen. Was fehlt, das ist die Feuerelement, die Kraft, die Kraft und die Mut. Und das sollen wir ausgleichen. Dieser Hindernis, was vielleicht nicht als Hindernis darstellt, aber schränkt uns energetisch ein, das bedeutet, das Überwinden und Kraft zu zeigen, mutig zu sein, aber berücksichtigen unseren Emotionen, was die Mond auch vermittelt. Also wir brauchen die Ruhe, einen gewissen Rückzug, weil in Ruhe liegt die Kraft. Und das war die heutige Tanz, der Tanz der Schamanen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Info-Video. Thema ist Kindheit und das inneren Kind. Warum ist es so wichtig, diese Themen ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, in unserem Gedanken und unseren Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unseren Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei die Partnerin. Also das sind oft die selben Muster, was wir erlebt haben in der Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was das Vaterbild ist oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie das Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären. Jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist? Warum läuft es nicht rund? Und woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu. Dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so? Und erkennt ihr die Muster von der Kindheit? Entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Dendera butet. Ja, der war servier desert des Messias des Messias Dendera Dendera Vielen Dank.